Hallo da draußen, schön, dass Sie wieder da sind. Das haben wir für Sie vorbereitet. Traum der Romantiker, ein ganz besonderer Führer, zeigt uns Kochen. Modedesign aus der Pfalz, ein Startup zieht die richtigen Streppen. Eda-Flächen, was verbirgt sich hinter diesen Biotopen? Die Weinhecks, so schön kann man Wein verkaufen. Wenn wir uns schon eine bekannte Touristenattraktion ansehen, dann auch mit einem Führer, der sich auskennt. Kochen wird oft als mittelalterliche Idylle angesehen, obwohl die Stadt damit nicht viel zu tun hat. Mit dem Ballermann an der Mosel, wie es einst sein Zeitungsredakteur geschrieben hat, hat es aber genauso wenig zu tun. Kommen Sie mit mir, die Sonne scheint extra für uns. Korrem, vielleicht einer der schönsten Orte Europas. Und weil es dieser Blick verdient hat, wollen wir die Geschichte der Stadt richtig kennenlernen. Mit einem Führer, der es wissen muss. Mit Herbert Hilken, der hier 16 Jahre lang Bürgermeister war. Er kann uns bestimmt auch den Grund nennen, wieso so viele Menschen in die Touristenhochburg kommen. Ja, das ist nicht nur ein Grund, es sind mehrere Gründe. Es ist einmal die schöne Landschaft mit dem Fluss, dann natürlich das mittelalterliche Flair von Korrem, dann die Gastronomie mit dem guten Wein und als Krönung obendrüber die Reisburg von Korrem. Aber was wäre denn Korrem, wenn es hier gar keinen Touristen gäbe? Dann wäre Korrem im Grunde genommen ein mittelgroßes Dorf in Rheinland-Pfalz. Mehrmals am Tag bleiben viele Menschen auf dem Marktplatz stehen. Hier gibt es dann nämlich ein Live-Konzert von Glocken, die ein Unternehmer an sein Haus angebracht hat. Die Art dieses Glockenspiels ist einmalig in Deutschland. Korrem liegt am Wasser und bei großen Regenmengen auch mal im Wasser. Doch das betrifft vor allem das Wasser der Mosel. Wie aber wurde der Ort bis vor 100 Jahren mit Frischwasser versorgt? Das kommt nämlich nicht aus dem Fluss, sondern vom Berg. Ja, die Hauptwasserversorgung war durch den Marktbrunnen gegeben, der das Frischwasser lieferte für die Menschen der Stadt Korrem, weil am oberen Ende war der Bach, der ja hier unter uns in der Straße läuft, in einem Brunnen gefasst, wurde durch Leitungen als Frischwasser zum Marktbrunnen geliefert. So wie jetzt das Wasser oben rausfließt, ist das durch die Druckverhältnisse möglich. Und der Trog diente natürlich für Putzwasser oder Tränke fürs Vieh. Und der Bach selbst war bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts ja noch offen. Und der diente dann als Kloake zur Entwässerung der Stadt Korrem. Das beliebte Touristenziel wirkt heute wie eine mittelalterliche Stadt, obwohl es 1689 zerstört wurde. Wie kommt es also, dass wir uns heute wieder hier fühlen, wie im Mittelalter? Ja, weil die Grundstrukturen der Stadt sind so erhalten geblieben wie vor der großen Zerstörung. Das ist topografisch bedingt, aber auch dadurch bedingt, dass die Straßenzüge niemals verändert wurden, dass die Größe der Plätze unverändert ist und dass auch die Häuserrichtungen, sprich Fürstrichtungen, alles so sind wie im Mittelalter. Denn es wurde ja nach der Zerstörung im 18. Jahrhundert im Grunde genommen auf der Ruinenstadt, sprich den Kellern und den Erdgeschossen, wieder aufgebaut. Und dadurch wirkt das heute strukturell wie eine mittelalterliche Stadt. Auch einzelne Schrullen aus dem Mittelalter wurden beibehalten, damit sich der Tourist an alte Zeiten erinnert fühlt. Wir kommen jetzt aus dem Fuchsloch. Sind hier wirklich Füchse durchgegangen oder warum heißt das so? Nein, das ist einfach die Form dieses Durchschlupfes durch die alte Stadtbefestigung, der so um 90 Grad gewinkelt ist und den Eindruck eines Fuchsbaus erweckt. Und deshalb hat es den Namen Fuchsloch bekommen. Und das ist eben der Durchschlupf schon der Frauen von Kochem gewesen, die im Mittelalter auf die Moselwiesen wollten, um ihre Wäsche zu bleichen. Sie brauchten dann nicht das offizielle Stadttort benutzen, sondern konnten durch den Durchschlupf durchlaufen. Über Kochem schwebt die Reichsburg. Im Jahr 1000 erbaut, gehört sie zu den romantischsten Burgen überhaupt. Ganz original sind die Mauern aber nicht. Nach dem Pfälzischen Erbfolgekrieg wurden sie erst im 19. Jahrhundert von einem Privatmann wieder aufgebaut. Der Kommerzienrat Raveni hat sich an die Originalform gehalten. Und dank ihm thront die mächtige Burg wieder über dieser besonderen Stadt. Sie waren ja hier 16 Jahre lang Bürgermeister. Wie ist das so, so einen besonderen Ort unter sich zu haben? Ist es anders, als wenn man einen Standardort verwaltet? Ja, es ist also nicht das normale Regieren, in Anführungszeichen, sondern es geht überwiegend in Repräsentation über, sodass man also ständig Gäste empfängt, Gäste führt, mit den Gästen kommuniziert und mit den Gästen auch feiert. Ich habe immer in meiner Abendszeit gesagt, wir kochen mal, pflegen gerne gut zu feiern, mit unseren Gästen, aber auch von unseren Gästen. Und gab es bestimmte Highlights in dieser langen Geschichte, wo Sie sagen, das waren Höhepunkte meiner Karriere hier? Ja, einer der Höhepunkte war im Jahre 2000, das berühmte Millenniumsjahr, als wir auch den Anlass nahmen, 1000 Jahre Reichsburg zu feiern, mit einem großen Spektakelung zur Historie und natürlich mit allen möglichen Feierlichkeiten, wo wir mit unseren Gästen eben gefeiert haben, dass wir 1000 Jahre besiedelt sind. Die Lage in einer Moselschleife ist idyllisch. Man sieht nichts von Fabriken, keine anderen Orte, nur Menschen, Schiffe, Vögel und plätscherndes Wasser. Das Flusswasser wird aber immer wieder zur Gefahr für den Ort. Der ehemalige Bürgermeister sieht es aber erstaunlich gelassen. Wir stehen jetzt sozusagen an der tiefsten Stelle der alten Innenstadt von Kochum und hier kommt also auch sehr früh das Hochwasser, wenn es dann aus den Gullis heraussteigt, in Form des Grundwassers und dann überflutet relativ rasch auch die ganze Stadt in diesem Bereich. Und Sie sehen ja an der Marke, das ist bis zu 10,34 Meter Pegelkochum damals gestiegen. Und dann müssen natürlich alle Geschäftsinhaber, Gaststätteninhaber ihre Gaststätten räumen. Das wird nach oben gepackt, so weit wie es geht und auch nicht zu früh. Und wenn dann das Wasser weggeht, dann wird alles ausgespritzt, fein säuberlich gereinigt, beheizt und man kann circa nach 24 Stunden in Kochum nichts mehr vom Hochwasser sehen. Wir sind dann wieder hochwasserfrei, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Und in meinem Keller zu Hause sage ich immer, der ist nur dann wirklich blitzeblank geräumt, wenn Hochwasser war. Die Menschen an der Mosel sind auf den Fluss eingestellt und auf die Touristen. Denn viele wollen diese Moselperle sehen. Sehr viele. Sie bleibt eine Touristenhochburg. Eine Hochburg für Designer scheint zwei Brücken nicht zu sein. Es gibt dort zwar Modeoutlets, aber gestaltet wird dort keine Mode, oder? Ein neuer Designer kommt, zumindest aus der Stadt in der Pfalz, und seine kleine Firma verteilt sich auf ganz Deutschland. Finn schlendert durch seine Heimatstadt Zweibrücken, die er regelmäßig besucht. Er wohnt jedoch längst in einer Großstadt und hat 2015 von dort aus sein Mode-Lebel gegründet. Mit 21 Jahren. Da will ich gerne mal erfahren, wie es dazu kam. Ich war halt immer sehr Fashion-begeistert und Mode-begeistert. Und dann war ich einmal in Los Angeles in Urlaub bei meiner Familie und habe dort die Leute so beobachtet. Und auch der ganze California-Lifestyle, der hat mich halt einfach beeindruckt, weil da arbeitet ja jeder für sich, zieht sein eigenes Ding hoch und das wollte ich halt einfach auch. Und ein paar Jahre später dann, wurde es dann auch endlich soweit. Ich habe die Chance bekommen, die finanziellen Mittel waren da, die richtigen Kontakte waren da. Und so hat es sich ergeben und dann habe ich zusammen mit zwei Freunden, Andreas und Jonathan, Red Carpet gegründet. Fängt man da einfach mal an und sagt, ich probiere es jetzt mal aus, man muss ja die Kontakte erst mal haben. Wie kommt man da ran? Ehrlich gesagt, wir haben es einfach ausprobiert. Wir haben es einfach gemacht. Wir hatten einen Namen, Red Carpet dann, hatten den angemeldet über Anwälte, dass der Name auch uns gehört, dass er sicher uns gehört. Und dann hatten wir erst angefangen eigentlich mit denen die Kontakte zu suchen, mit denen wir zusammenarbeiten und sowas aufzuziehen. Ich hatte Glück, dass ich schon viele Bekannte und Verwandte habe, die sowas ähnliches machen. Und über die kam ich dann halt an verschiedene Kontakte und dann dauert es ein paar Wochen, ein paar Monate, bis man sich so einen guten Kreis von guten Kontakten aufgebaut hat und dann kann es eigentlich losgehen. Einer der Jungs designt und der Austausch im Team findet übers Internet statt. Denn neben Finn Grieser besteht das kleine Mode-Label auch aus Andreas Schieler und Jonathan Klug. Wie wird man sich einig, welche Entwürfe in Serie gehen? Dadurch, dass ich in Köln wohne, Jonathan und Saarbrücken, Andreas und auch hier wohnt, haben wir oft Skype-Meetings oder telefonieren auch oft zusammen. Und es ist halt so, Jonathan, Andreas und ich haben eigentlich denselben Kleidungsstil. Also wir haben denselben Geschmack, wir ziehen uns relativ gleich an. Und deshalb gab es da eigentlich, es gab nie so Streitigkeiten. Natürlich, man diskutiert über bestimmte Designs dann mal, aber man kommt eigentlich relativ schnell auf denselben Nenner. Und dann fällt die Entscheidung halt eigentlich relativ leicht. Der junge Pfälzer arbeitet in Köln beim Privatfernsehen und berichtet dort über Stars, Klemmer und Mode. Genau sein Interessengebiet und sicher auch manchmal eine gute Quelle, um die richtigen Leute kennenzulernen. Wenn man da als Newcomer im Geschäft ist, woher weiß man denn, wer sowas produzieren kann? Wie kommt man da an die Leute? Das eignet man sich an. Also bei uns war es so, dass wir im Bekanntenkreis schon Produzenten hatten, gewisse Leute. Und über die lernt man dann wieder neue Leute kennen. Was mir in meinem Beruf sehr weitergeholfen hat, ist die ganzen prominenten Leute, die ich kennengelernt habe, die uns auch unterstützen. Also wir geben denen Klamotten, die posten das auf ihren Social Media Seiten und somit machen die uns ja bekannter. Das ist, denke ich, ein großer Vorteil von uns, dass wir von Anfang an Leute haben, die uns unterstützt haben, die man halt schon kennt. Also Personen des öffentlichen Lebens. Und das war oder ist ein großer Vorteil von uns, meiner Meinung nach. Kannst du uns da verraten, was für Promis euch da ein bisschen helfen? Also das sind großteils Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen, die ich alle kennengelernt habe. Also Annotida Plojpetsch, Sarah Fastel, Lisa Bermann, die übrigens auch hier aus Zweibrücken kommt. Und durch die lernt man dann wieder Fashion-Blogger kennen, die uns unterstützen oder auch Moderatoren, Fußballer. Und so kommt man dann immer an mehr Leute und die unterstützen dann einen meistens. Und dann, klar, dann wird man halt auf jeden Fall durch die Person bekannter. Modetrends werden über Jahre im Voraus geplant und frühzeitig von Vermarktern gekauft. Das Team um Finn bringt seine Antwort auf aktuelle Trends von der Straße meist innerhalb von vier Monaten in den Verkauf, nachdem es die erste Idee gab. Wir könnten jetzt auch rein theoretisch viel schneller reagieren. Also wir könnten jetzt auch, wenn wir irgendeinen Trend erkennen und den unbedingt auch vertreiben wollen, dann könnten wir den auch, solange unsere Produzenten da mitspielen, natürlich ganz schnell innerhalb von wenigen Tagen produzieren lassen. Und da wir unseren Online-Shop selbst pflegen und also selbst bearbeiten auch, könnten wir den auch noch an dem selben Tag dann online stellen. Also wir können da schon sehr flexibel und schnell reagieren, was auch natürlich ein großer Vorteil ist, meiner Meinung nach. Den Stil der Großstadt wünscht sich Finn auch in den kleineren Städten, wie es sie hier in der Pfalz oder im Saarland gibt, wo durchgestalte junge Männer oftmals auffallen, während sie im Kölner Straßenbild selbstverständlich sind. Seine Heimat spielt also nach wie vor eine große Rolle. Hier in Zweibrücken besuchst du öfter deine Familie, wohnst aber in der Großstadt. Ist der Bezug zu Zweibrücken, zur Heimat noch wichtig oder braucht man das Großstadt-Flair, um überhaupt so ein Mode-Label machen zu können? Also ich würde sagen beides. Also der Bezug zur Heimat ist auf jeden Fall wichtig. Ich komme immer noch gerne hier nach Zweibrücken. Ich meine, das ist immer meine Heimatstadt. Ich wohne zwar seit längerem nicht mehr hier, wohne jetzt in Köln mittlerweile. Ich denke, man braucht beides. Also einerseits den Großstadt-Flair, um halt einfach zu wissen, was so in der Modewelt auch abgeht, weil es halt einfach, so Großstadt ist international. Das sind halt Menschen aus der ganzen Welt, Touristen, Einheimische. Und da sieht man auch die Leute, was sie so anziehen. Und das macht für ein Mode-Label ist es natürlich wichtig, dass man immer dem neuesten Trend nachgeht. Nichtsdestotrotz ist natürlich, vergessen wir natürlich nicht, wo wir hierher kommen. Also wir sind alle, oder ich bin Zweibrücker, ich komme immer noch gerne hierhin und ich unterstütze auch die Stadt immer noch gerne. Zum Beispiel sind wir ab der Saison 2016-2017 Sponsor von der A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft des SV64. Zweipunkens hier. Das ist eine Handballmannschaft, die betreibt megacoole Jugendarbeit und die wollen wir dann halt unterstützen. Also wir haben unser Logo jetzt vorne auf dem Trikot bei der Mannschaft und somit wollen wir halt auch etwas der Stadt zurückgeben. Weil ich habe ja hier 19 Jahre gelebt oder 20 Jahre gelebt sogar und klar, also Zweipunken bleibt für immer meine Heimat. Der Mensch ist heute mobil und man kann sich in vielen Städten zu Hause fühlen. So geht es auch Finn. Trotzdem kann er intensiv mit Menschen zusammenarbeiten, die wo ganz anders wohnen und sich mit Andreas und Jonathan den gemeinsamen Traum erfüllen. Noch machen alle drei das Mode-Label nebenher. Sollt das so bleiben? Jeder ist noch in seinem Job bzw. studiert. Unser Plan jetzt am Anfang ist einfach bekannt zu werden. Wir wollen Red Carpet etablieren, wir wollen, dass die Leute Red Carpet kennen. Das ist unser erstes Ziel, das wird auch noch lang genug dauern. Aber klar, wenn man jetzt utopisch denkt und so die großen Ziele ist natürlich irgendwann, dass wir alle drei davon leben können. Wir werden Finn Grieser sicher noch öfter sehen. Ob in der Zweibröger Fußgängerzone oder in Köln, ob bei RTL oder in den sozialen Medien. Und vielleicht werden immer mehr Menschen die Kleidung tragen, die er und sein Team kreiert haben. Die Gartenakademie Rheinland-Pfalz gibt Tipps für eine Gartengestaltung, die Mensch und Natur gut tut. Aber das gilt nicht nur für private Gärten. Auch die Kommunen werden beraten, wie sie Flächen sinnvoll nutzen, die eh da sind. Und damit habe ich schon verraten, woher der Name dieses Projektes kommt. Ihr habt das EDA-Projekt. Was bedeutet das? Ja, hier dreht es sich um Freipotentialflächen, die wir aufwerten möchten für Pollinatoren. Das sind Bestäuberinsekten. Es handelt sich zum Beispiel um Gemeindegrün, um Straßenbegleitgrün aller Kategorien. Wir können mit diesen Flächen hervorragend nach Aufwertung vernetzen, also Lebensräume vernetzen und Biodiversität erhöhen. Also es geht um sowohl Honigbienen wie auch um 560 Wildbienenarten, die wir in Deutschland haben. Im Unterschied zur Honigbiene, die fliegt sieben bis acht Kilometer weit. Und fliegen die Kleinsten unter den Wildbienen, gerade mal maximal 300 Meter. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir denen kombinierte Lebensräume anbieten. Kombinierte Lebensräume heißt, die Nähe von Nist- und Nahrungshabitat beachten. Ein Nahrungshabitat hätten wir hier auf unseren bepflanzten Obstkisten. Und das Nahrungshabitat, das sind Blütenpflanzen, die fähig sind, die Trachtlücke in den Sommermonaten zu schließen. Und gleichzeitig muss quasi ihr Zuhause auch in der Nähe sein, verstehe ich das richtig? Ja, das Zuhause, das wären die Niststrukturen. Beim EDA-Projekt geht es um Grünflächen, die EDA sind. Hier achtet man zum Beispiel darauf, dass man Holzreste liegen lässt. Reptilien und Amphibien finden hier ein Zuhause. Für den eigenen Garten ist das genauso ein Thema. Seit wann gibt es das Projekt? Das Projekt existiert seit sieben Jahren. Ein Hotspot ist hier in der Pfalz gewesen. Wir hatten das Projekt in Landau auf der Landesgartenschau ausgestellt. Und seitdem interessieren sich sehr, sehr viele Pfälzer letztendlich für die Umsetzung und wie sie die Flächen aufwerten können. Und inzwischen sind wir in Winkst in Niedersachsen gelandet. Wir haben deutschlandweites Interesse für das EDA-Projekt. Und mit wem habt ihr da Kontakt? Fragt ihr da aber Gemeinden an oder fragen die bei euch an? Also das sind hauptsächlich Kommunen. In Landau hatten wir eine Liste für Interessierte ausliegen. Da hatten sich sehr, sehr viele Kommunen eingetragen in diese Liste. Und wir halten Präsentation in Gemeinden, in Städten zum Thema und arbeiten hauptsächlich auf der Gemeindeebene. Weil die Gemeinden beziehungsweise die Städte, die integrieren letztendlich sämtliche Interessen und Begehrlichkeiten, die auf den EDA-Flächen zusammentreffen. Ich gebe es zu, es hat mir vorhin an der Mosel gut gefallen. Deshalb kehren wir auch nochmal dorthin zurück. Denn in Winingen warten zwei junge Frauen auf uns. Winingen an der Mosel ist seit jeher stolz auf seinen guten Wein. Man kann aber auch stolz auf die Schönheit der Gassen mit ihren Fachwerkhäusern sein. Und wohl auch auf die Schönheit der jungen Winningerinnen. Jeweils zwei von ihnen repräsentieren nämlich den Ort. Zwei? Es gibt natürlich eine Weinkönigin. Aber die bringt auch ihre Kollegin mit, die wir heute ebenfalls kennenlernen. Bei erfrischendem Klima erscheinen Alicia und Barbara trotzdem im Kleid. Das gehört sich so, wenn man Weinkönigin ist oder Weinhex. Du bist ja die Weinkönigin in Winingen. Was sind da so deine Aufgaben? Ja, ich repräsentiere mit meiner Weinhexin das Dorf. Wir werden oftmals eingeladen, zu Veranstaltungen zu kommen, auf Weinfeste an der Untermosel oder auch Nachbardörfern. Und zu irgendwelchen anderen Weinveranstaltungen oder auch in Winningen Veranstaltungen, die nicht unbedingt mit Wein zu tun haben, sondern generell, wenn hier irgendwas Jubilar feiern oder Altentag oder so, da werden wir dann auch zu eingeladen. Und du bist die Weinhex. Sowas gibt es ja wirklich nicht überall. Warum gibt es eine Weinhex? Ja, in Winningen gibt es halt ein Lied über die Weinhex. Es gibt den Winninger Weinhexwein und den Weinhexbrunnen. Das Ganze beruht halt auf einer Sage, die man sich hier erzählt. Und deswegen ist das so das Maskottchen von Winningen. Die Geschichte der Weinhex hat natürlich ihren Grund. Im 17. Jahrhundert musste sich ein Winninger Winzer darüber ärgern, dass sein Weinfass leer getrunken wurde. Man nannte ihn Pfeifenhannes. Er versteckte sich eines Nachts und wartete ab, bis der Weindieb abermals zuschlug und Wein stehlen wollte. Der Dieb war schließlich eine Diebin und zwar seine eigene Frau. Aufgrund des heimlichen Diebstahls vertrieb er sie aus dem Ort. Der Sage nach kommt diese diebische Hexe immer wieder nach Winningen zurück und verzaubert die Menschen mit Mystik und Scham. Seit vielen Jahrzehnten sieht man in der Figur keine zenglische alte Frau mehr, sondern eine junge Dame mit Eleganz und Weinkenntnis. Jetzt muss ich nochmal fragen, warum ist eine Hexe nicht hässlich? Ja, liegt wohl in meinen Genen. Zur Weinmajestät bewirbt man sich. Also wir hätten es jetzt auch nur dieses Jahr gemacht, weil wir beide 27 sind und haben gesagt, wenn, dann machen wir es jetzt. Mit 30 wollen wir nicht mehr auf dem Weinbrunnen stehen, dann wollen wir was anderes machen. Und die anderen zwei, die sich dann beworben haben, die würden das dann in zwei Jahren machen. Die sind noch ein bisschen jünger. Musstet ihr jetzt einiges über Wein noch lernen für diesen Job? Ja, also so ein bisschen muss man halt schon wissen, dass die Weindese nicht im Januar ist, sondern halt im Herbst. Ja, aber so Grundwissen ist halt schon ganz gut. Aber ich könnte jetzt nicht den genauen Ablauf sagen, wie man den Wein herstellt. Aber das eignet man sich dann auch in den zwei Jahren ein bisschen an. Und wir haben uns halt auch im Vornherein bei den Winzern ein bisschen informiert. Ja, und da halt auch einiges noch gelernt, was man jetzt so nicht wusste. Ich denke, das ist bestimmt eine interessante Erfahrung, so einen Job zu machen. Lernt man da ganz neue, interessante Leute kennen? Ja, das auf jeden Fall. Wir hatten vor allem letztens den Prinz von Baden kennengelernt. Und auch unsere Vorgängerinnen waren auf der Grünen Woche in Berlin und haben da auch einige Politiker kennengelernt. Und das ist schon ganz interessant. Auch so, wenn wir auf Veranstaltungen sind, lernt man auch immer nette Menschen kennen. Wir waren auch letztens mit der Bundeswehr essen, haben da ein paar Altgenerale kennengelernt. Und die waren auch wirklich lustig. Einen Lieblingswein haben die beiden Majestäten nicht. Ein Weiser darf es gerne sein. Sie trinken ihn gerne, aber üblicherweise nicht um 11 Uhr morgens. Für uns machen sie eine Ausnahme. Das Schöne dabei ist, neue Leute kennenzulernen. Wir dürfen viel Wein probieren. Wir werden auf viele Veranstaltungen eingeladen und lernen die Welt irgendwie neu kennen. Auf eine andere Art und Weise. Wer wird eigentlich Weinkönigin und wer Weinhex? Das war nicht von Anfang an klar. Als wir das dann halt jedem erzählt haben, meinten die aber alle, dass es besser zu mir passt. Also ich, die Weinhex, das würde besser passen. Und die Barbara halt die Weinkönigin. Genau, und dann haben wir halt getauscht. Alicias Vater hat den Winninger Weinkeller, die Dorfdisco, in der die Winningernächte gerne mal im Hellen enden. So ist es für sie nicht neu, mit weinliebenden Menschen zu feiern. Doch es gab noch einen weiteren wichtigen Grund, wieso sie dieses Amt angestrebt hat. Deine Großmutter war auch Weinhex, oder? Ja, die war Weinhex. Sie war Weinkönigin und sogar Gebietsweinkönigin von Mosel-Sarruwe. Und das sogar zwei Jahre, was normalerweise auch nur ein Jahr gewählt wird. Ja, da war sie sehr stolz. Also ich glaube, keiner hat so viel geweint an der Krönung wie meine Oma. War das auch für dich eine Motivation, das zu machen, weil es die Oma schon gemacht hat? Ja, auch. Und weil sie dann halt auch mal wieder so eine Aufgabe hat und sie sich da auch engagiert, hat uns ihre ganzen Reden rausgesucht und war da richtig mit Ilan dabei, hat uns sogar gesagt, dass wir mit ihr winken üben müssen. Und ja, das war für sie auch dann mit eine Aufgabe. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Winningen hält seine Geschichte hoch und die Legende der Weinhex wird weiter gepflegt. Heute dürfen hier auch die Frauen den Wein genießen, anders als zu Zeiten der Weinhex. Man ist der Tradition und Freude am guten Tropfen verpflichtet. Schließlich sagt man hier, dass man das älteste Weinfest Deutschlands hat. Ich habe das Weinfest auch rein zu Recherchezwecken mal besucht und kann bestätigen, dass an der Mosel richtig gefeiert werden kann. Wenn Sie Lust haben, können wir uns im nächsten Monat wiedersehen, hier im Kanal. Wir bleiben für Sie objektiv. Tschüss. Wir bleiben für Sie.